Hallo, mein Name ist Amara Jashur. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf unserem YouTube-Kanal und möchte heute mit dir ein bisschen von unserer medialen Erfahrungswelt teilen und dir auch ein neues Produktprojekt vorstellen. Produkt mag ich eigentlich nie sagen, weil es sind wirkliche Projekte, die uns immer am Herzen liegen. Und in diesem Projekt sind vier ganz besondere Damen mit an Bord. Die eine ist Vera Mindken, die andere ist Monika Baumgart und Silke Zwerner. Wir alle bringen viele unterschiedliche Qualitäten mit, viel unterschiedliches Wissen, aber uns eint die Liebe zur geistigen Welt, die Liebe zum Menschen und wir lehren alle für unser Leben gern. Wir geben immer rückhaltlos all unser Wissen raus und halten nichts zurück, denn davon halten wir gar nicht. Und im Laufe der Zeit, die ich jetzt als mediale Lehrerin verbracht habe, und das sind jetzt 14, 15 Jahre, genau weiß ich es gar nicht mehr, ich müsste mal nachschauen, aber in dieser Zeit habe ich eins gemerkt. Ich habe natürlich versucht, den Menschen so schnell wie möglich Jenseitskontakte beizubringen, weil ich weiß, der Mensch ist ungeduldig und er will immer sofort das tun, was er möchte. Und wir sind vielleicht ein bisschen in der Zeit, haben wir Dinge vernachlässigt, die die Engländer Psychic nennen. Wir würden dazu vielleicht sagen Übersinnlich. In Wirklichkeit stecken dahinter die Entwicklung unserer Sinne. Hellsehen, hellhören, hellfühlen, hellriechen, schnell schmecken. Der kinästhetische Sinn und letztendlich die Intuition. Und das sind Dinge, die allen Menschen angeboren sind. Aber nicht jeder von uns hat die gleichen Sinne in der gleichen Prozentzahl aktiviert. Und wenn wir dann zum Jenseitskontakt kommen, dann arbeitet der Kommunikator in der geistigen Welt über unsere Sinne mit uns. Das heißt, er schickt uns ein Bild, hellsehen, er lässt uns was fühlen, hellfühlen. Wir riechen vielleicht etwas hellriechen, wir haben einen Geschmack im Mund, hellschmecken. Oder etwas poppt in unseren Gedanken auf, hellwissen. Oder wir haben das Gefühl, dass jemand wirklich mit uns spricht. Was aber ganz selten ist und höchstens drei Prozent aller Medien weltweit sind hellhörend, also dominant hellhörend. Natürlich ist der hellhörende Sinn auf alle Fälle entwickelt, aber meistens ist nur ganz, ganz schwach. Und wir haben festgestellt, dass es gut wäre, wenn der Mensch gleichzeitig oder im Vorfeld ein hellsichtiges Training absolviert, was darauf abzielt, später in der Medialität schneller, besser und eher zu wissen, wie er mit seinen Sinnen arbeiten kann. Und deswegen haben wir dieses Jahrestraining entwickelt, das online stattfindet. Und es gibt natürlich auch hier eine geschützte Facebook-Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt. Also, denkt dran, ein Medium muss seine Muskeln stretchen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, übersinnlich, außersinnliche Wahrnehmung zu trainieren. Denn das ist es schließlich, was uns mit allem verbindet, was um uns herum ist. Und danach bin ich ziemlich sicher, dass du mit fast allem kommunizieren kannst, was ist. Also, wenn dich das interessiert, wenn du noch mehr, noch besser, noch tiefer in die Beweisführung in den Kontakten kommen willst, weil deine Sinne einfach besser funktionieren, dann ist das auf alle Fälle auch für Menschen, die schon mediale Ausbildung gemacht haben, ein super gutes Training. Aber vielleicht auch jemand, der sich noch nicht in die Jenseitskontakte traut, ein super gutes Vorschalttraining. Wir freuen uns auf alle Fälle, dich an Bord unseres neuen Flaggschiffes zu begrüßen und freuen uns schon auf die intensive Arbeit mit dir. Bis dann!